Hey Leute, aufgepasst! Onkel Tom hat ein neues Album für euch! Held, das neue Werk von Onkel Tom! Corny, Sally, Klaus, Mark und Onkel Tom Hauen euch ein Album um die Ohren, das ihr sobald nicht mehr aus dem Player nehmt! Songs voller Härte, Leidenschaft, Ehrlichkeit und natürlich... ...Großem Durst! SPV Steam Hammer präsentiert das brandneue Onkel Tom Album! Ab dem 19. September überall im Handel! Erhältlich als Jewel Case, limitiertes Digi-Pack, limitierte Doppel-LP und bei allen gängigen Downloadportalen! Ja, ich lebe noch! Während andere starben! Noch! Ich bin euer Onkel, eure Vaterfigur! Ein heiliger Dämon, ein Zubanur! Ihr seid meine Kinder, ihr seid meine Brut! Solange ich euch schreie, fühle ich mich gut! Sein hay Vielen Dank.